Wenn es da so... Halleluja! Ja, die sind fast gefunden. Achtung, Marc Fummel. Könnt ihr mal was sagen, wenn Marc weiß, dass ihr ihn noch liebt habt und so? Ja, ich hab wirklich... Wir sind Helden, 23.8. Ja, auch mal gesagt, der lag wirklich von meiner Nase. Das heißt, das ist nicht meiner. Wer hat ihn verloren? Ich muss leider sagen, dass von der Aftershow ist durchgestrichen. Wer ist sein Papier wert? Ich würde sagen, Kroner heute scheint im Laufe des Abends. Wer den kriegt? Ja, du meinst, weil ich verheiratet bin und so? Ich meine, keine Gruppen, deswegen auch so viel verheiratet. Ich glaube, er hat besser so Menschen kennengelernt. Okay, gut. Mal schauen. Ich bin kein Imer für ihr. Ich bin kein Imer für sie. Ich habe eine Norm route Wie ich deficite. Ich bin kein Imer für mich. Okay, gut! Ich bin kein Imer für sie. Die Tüße sind zwanzig zu nah, mit den Elfen in der Hand. Ballette auf Führer, aber wenn ich kippe, die Tüße höre ich gar nicht voll. Ich weiß, dass alle etwas voll ist, voll gegründet. Alles schafft, genau wie die Träume. Bis jeden Abend, wir wissen nur Freude, wir wissen nur Freude. Wir wissen nur Freude, wir wissen nur Freude. Wir wissen nur Freude, wir wissen nur Freude, wir wissen nur Freude. Wir wissen nur Freude, wir wissen nur Freude, wir wissen fitness, Und wir wissen nur Freude, wir wissen nur Freude. Wir wissen nur Freude, wir wissen nur Freude. Alles was schon eng sind, ihr trekkertyp Dann wirklich meine Frau, sie liebt uns gerne bei den Ebenen. Alles schafft, genau wie die Trollen. Durch jeden, an dir wird's nur voll, den Rüsten und Freude. Der 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 Rüsten und Freude. Wir haben heute noch ein Konzertschule. Lieses, Bonn. Es zeigt kurze Arbeitseinfahrt. Optisch nicht. Seid ihr schon durch die Fahrzeuge sind gleich die Konzertschule gegangen. Und seid nicht auf die Erde gekommen. Ohne zwei Wochen. Herz ist es. Wir haben dieses Training zu absolvieren. Und seid heute auch eingestellt, dass man beim heutigen Konzert ein bisschen selber mit antraten muss. Ich möchte euch jetzt einige Hand und Fußbrüche wahrlegen. Wir arbeiten im Verlauf des Konzerts. Wir haben einmal das Korreirebrief. Es ist wirklich schön. Es macht auch Luft. Man kommt dem Nachbarn hin. Man kommt dem Nachbarn hin. Ihr könnt dann auch den Anteil an den Rückenkopf kreuzen. Und sich haltlicher machen. Immer schön. Auch lustig. Es gibt das Weitere. Wir haben. Ein Handbeschwingung. Weil der. Die früheren. Meile. Jeans. Und der. Mehrseitige Seite. Einen Vorteil hat. Sein Hochkampf besser gehört. Und das geht so. Das war ein ganzes Wesen. Das war kein Wesen. Und das war nicht so. Das war nicht so. Und das war nicht so. Das war nicht so. Ich habe das. Ich habe eine Musik mit dabei. Ich habe mir auch nicht stunden. Guten Morgen, Hände schon. Dazu geht es. Da. Auf was wir dürfen. Man möchte ja mit gestritten Oberarmen und verborgen Handwerken anbieten. Wenn ich das jetzt nicht weiterfahre, dann möchte ich jetzt kurz in einen Schnelldurchlauf die übrigen Rufs erklären. Danke schön! Ich glaube, ihr habt den verwirrten Pflichtausdruck gemerkt. Es kann sein, dass ich in dem letzten Ablauf irgendwas an der Reihenfolge vertauscht habe. Ich hoffe, dass euch das nicht aus den Konzepten lebt. Wenn euch das zu perplex erscheinen solltet, dann könnt ihr immer an jeder Stelle dieses Konzerts auf die Grundbewegung zurückfallen. Wir lockern unsere Rutschmiedelente. Wir lockern unsere Sprunggelenke. Wir lockern unsere eigenes Rahmen und Vorstellungen von Erlasten in Deutschland erzählen. Wir lockern unsere Rutschmiedelente. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020